Leute, ich spiele gerade Please Donate und dann hat jemand so im Chat gefragt, ob jemand ein Spiel spielen möchte und ich dachte mir, warum nicht? Ich habe dann mit ihm ein Spiel gespielt und er hat ihn dann gefragt, wie die Regeln gehen, also bevor das Spiel begann. Und er meinte einfach nur so, ich gebe dir Geld, nichts mehr. Und ich so, habe ihn gefragt, ob das alles ist, weil ich war mir unsicher, ob er vielleicht dann was von mir verlangen wollte oder so, keine Ahnung. Und er meinte, ja, das ist alles. Ich habe ihn nochmal gefragt, ob er sich sicher ist und er meinte, ja, er ist sich sehr sicher. Und ja, dann hat er mich einfach donated. Ich denke, alles, außer die zwei, die ich für 100 verkauft habe, keine Ahnung. Er hat mir auf jeden Fall 31 Donated. Ich heiße Hoppsunking, Hoppsunking, keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall, Grüße gehen raus, falls ihr Englisch ist. Greetings, go out, Hoppsunking, Goofly, I don't know, how your name is. Ja, auf jeden Fall, das war es auch. Und verkauft euch doch gerne meine Shirts und Pants. Ich weiß, ich schreibe lieber Hashtag Werbung oder Werbung. Und das war es auf jeden Fall. Bye!